Willkommen zurück liebe Leute bei Let's Platy Doom und ja es ist tatsächlich so, er hat hier wie man sieht wegen der Zentralverarbeitung das Spiel nicht gespeichert, da lief irgendwas falsch, keine Ahnung, wahrscheinlich lag es daran, wie ihr das gesehen habt, links oben war ja immer hier noch dieser Dauerspeicherpunkt, das normalerweise kommt, wenn man ja einen Checkpoint geholt hat, links oben dieses Speichersymbol, das hatte ich jetzt bei mir da, ab ungefähr der Mitte der Mission, also da hat sich irgendwas aufgehangen und somit war bei mir die Steuerung am Arsch. Ende, ja kein Plan, ich habe das Spiel beendet, neu gestartet, ja und dann ist es tatsächlich jetzt dann so, dass wir die Mission hier nochmal machen müssen, ja doof gelaufen, aber hilft nichts, weil ich komme ja so nicht weiter, deswegen ist das jetzt mehr oder weniger so eine Sonderfolge, wo ich das hier mache, ja das ist halt scheiße, auf gut Deutsch gesagt, aber so, das hilft ja nichts. Genau, das ist nämlich das hier wieder. Genau, das ist nämlich das hier wieder. Ja, naja, gut, dann sind wir jetzt wieder hier. Das war genau da, äh, äh, aha, okay, ja gut, also ein paar Sachen hat er sich wohl gemerkt. Hä? Hä? Genau, ein Extra-Hammer, eine Elite-Wache haben wir. Lol. Ja, okay, also ab hier ist er dann irgendwo abgeschmiert. Da ging dann nichts mehr. Alles klar, okay. Moment, wir brauchen ja immer noch drei Dämonen miteinander. Anternate. Gut, bei dem hier war das ja eh nichts. Ah, Moment, hat er dann hier mein Runen-Setup jetzt auch gespeichert? Ja. 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 Okay. Das hat er anscheinend jetzt auch nochmal. Hä? Ja. Okay, warte mal, wenn ich jetzt hier bin. Warte mal, wenn ich jetzt hier bin. War ja klar. Einer muss ja immer aus der Reihe tanzen. Äh. So. Ach ja, da war ich ja jetzt das hier. Gut, da muss ich jetzt halt dummerweise das hier wieder mitmachen. Äh. So, Moment. Genau, da komm ich ja überall nicht hin. Da war ich ja das blaue Ding. Ja, ja. Ah ja. so. Gott, wieder hier. Das sind jetzt aber auch nur noch zwei. Okay, oder? Die gehen ja. Na ja. Nee. Hoppala. Huch. Noch ein Digger. Wobei ich ja das jetzt gerade mal testen könnte. Auch nochmal zu. Danke. Nochmal. Ja. Nochmal. Danke. Gut, 1 von 10. Äh. Äh. Genau, da komme ich da runter. Ich muss aber erstmal noch da hinten. Das hier. Gucken wir jetzt auch nochmal gleich mit. Ja, okay. Dann passt ja aber eh mitzonderfolge. Wenn ich das ja habe. Äp. Da ist ja der Vorteil, dass hier ja nicht ganz komplett durch muss. Sondern einfach nur hier so. Und. Ja. Genau. Das ist dann auch wieder klar. Hier runter. Häp. Häp. Ja. Ja. Sehr schöne Herausforderung beendet. Da haben wir das. Oh mein, das fehlt dann. Ach, da ist ja noch so einer. Ja. Äh. Irgendeiner fehlt doch noch hier. Was war das nochmal? Ah. Für verschiedene Glorykills bei Ims. Alles klar. Danke für die Karte. Jo. So. Ja. Jetzt sind wir mal da rein. So und jetzt genau hier. Das habe ich mir das mal verpasst. Weil das habe ich mir jetzt schon mal nachgeguckt. Wo das hier ist. Hä? Achso. Stimmt ja, der kann ja. Der fuzier nochmal. Alles klar. Genau das hier. Na zieh. Genau. Jupp. Jetzt nehme ich das hier offen. Genau das habe ich beim Osten Run hier verpasst. Aber dann habe ich gedacht, ja gut, wenn sie das Spiel eh verabschiedet hat. Dann können wir das hier nochmal gerade mitmachen. Und das ganze Zeug sie einsammeln. So. Hä? Äh. Äh. Waffenpunkte halten. Jo. Genau. Mehr gab es ja hier jetzt nicht. Dann bin ich jetzt zurück. Voilà. Äh. 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 Achja. Da durch das Loch. Hä? Äh. Äh. Achja. Da durch das Loch. Hä? 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 Hier drauf. So. Sehr schön. Dede. 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 Äh. Scheiße. Wohin muss ich denn jetzt nochmal. Achja. Hä? Doch, ja eigentlich auch auf den Zug. Kommt aber keiner. Warum nicht? Hä? Habe ich jetzt hier irgendwas verpasst? Ach, stimmt. Hier rein. Loll. Juppa. So. Hö, hö, hö. Na? Hm. Kommt der heute noch? Loll. Wie einmal jetzt die verreckt sind. Äh, genau. Da ist wieder das Datending und dann geht's ja jetzt hier los hier. Hede Menge Gemetzel. Du siehst das beste Kühlsystem aller Zutaten vor dir. Es hat ja nichts gebraut, es zu perfektionieren. Zerstören Sie die vier Flüssige Generatoren. Sind Sie vernichtet, werden meine Primärsysteme überhitzen. Ach, scheiße. Das war ja ein Imp. Wollen wir die Herausforderung haben, ne? Ja. Gut. Sehr schön. So, drei und fünf. Nein. Wo ist jetzt hin? Na, nimm mal den. Nein. Vier und fünf. Äh, noch einer. Nee, dich nicht. Nein. 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 Äh. Ja, sehr fix. So, sehr schön. Gut. Du sieg jetzt nochmal, die Kill dir. So. Na. Die FG ist ja schön. So, aber wieder das Ding hier ein bisschen auf Maximum. Wir schauen und nochmal auf Maximum. Heute haben wir nochmal irgendwo in die Rüstung. Ne, nicht, dass ich irgendwas seh. Äh, vielleicht die Hunden holen wo. Da. Nochmal auf Maximum. Höp. Berserker, ole. Hi. Gut, bei den Dingern ist es natürlich praktisch, ne? Na, schade. So, ist es sonst irgendwo? Irgendwo. Okay, wieder das eh noch Maximum. Ne. Naja, zu schon mal so ein Ding hier. Über mir. Gut, auch korrekt. Jetzt machen wir schon mal das. So. 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 Huh. Achso, hätte ich den da machen müssen. Alles klar. Äh. Jod. Was? Was war das? Woher hat der geschossen? Eieiei. Wir scheinen jetzt irgendwelche noch zu nehmen. Hä? Ne. Ich höre den doch. Wo ist denn der? Hä? Wo ist denn der? Da fällt, klopst. Ey, meine ich kann mir ja wohl nicht hier... Ach, da oben. Äh, Gott. Nein. Die kann mir ja wohl nicht hier sehen, hier. So, hier haben wir das noch. Genau, das Symbolik-Souvenär-Speicherpunkte reicht. Genau, das war das immer. Was dann irgendwie anscheinend nicht mehr wegging. Irgendwas auch immer. So. Kann man auch das hier wieder einsammeln? Äh. Genau, das war es jetzt hier eh wieder, ne? Ja. So, dann müssen wir da hinten hoch. Wo war denn das? Äh, nee. Hä? Scheiße, wo war denn das jetzt wieder? Da. Ach so, scheiße. Aufzug. Höpp. Genau. Nee. Müsste doch auch hier hochkommen. Nicht. Na gut, dann halt ich. Bei mir nicht war das, glaube ich, einen besseren Weg, um da hochzukommen. Aber ja, also geht es auch da, nur ein bisschen länger. Häpp. Häpp. Jo, passt. Mhm. Häpp. Gut, sehr schön. Zum Zugang zu meinem Kern zu erhalten, musst du im Haus, und mir die dämonische Bedrohung beseitigen. So, los geht's. So, los geht's. So. Oh, was ist das hier? Ja. Denien auch. Denien auch. Na. Uppala Uppala Da schleiß ich wieder gar nichts mehr, ja Gut Und tschüss Eieiei, alter Verwalder War das hier echt so viele Ja, ein Fertsack noch Sooo Wie der miche Tante Bleib stehen So Ruhe Ah, Gott sei Dank Alles klar Ja Hier gab es sonst nichts Also klar hier weiter Gut, da holen wir ein Rüstungsteilchen Wollen wir das auch noch schnell Ah, genau Jetzt hat das hier unten Machen wir auch noch gleich So Sehr schön Genau So So, das war jetzt das hier alles Ach, der ist ja da Lol Äh, höh Da Aber Aber Ja, jetzt haben wir ja alles Erkundung maximal Extras Alles Sehr schön Gut, dann sind wir jetzt mal am Ende Und dann hoffen Dass das Spiel speichert Und nicht wieder abbricht Ach ja Kontrolle über neurale Funktionen Minimal Äh, das ist ja auch die Mission jetzt Wo ich alles eingesammelt habe Wie das Kern vernichtet ist Zieh dich das Energievakuum zurück in die Hölle Dein Ankunftsort ist der Brunnen Verschließe ich ihn jetzt mit den Schmelztiegel Dann schließt sich auch das Portal auf dem Mars Für immer Sie werden mich sicher nicht kampflos zum Brunnen lassen Aber so magst du es ja auch nicht noch hören Das ist deine Natur Richtig, das ist meine Natur Na, da vorne gibt es noch einmal so ein Audio-Data-Lock Fast So Genau Einmal den da Das heißt hier definitiv dann das letzte zum Einsammeln Was wir so machen konnte Äh, jo Genau Dann mal hier einmal hin Das Ding rausnehmen Und das andere wieder rausnehmen Sehr schön Und hier Jop Ähm, halt Kurz mal nachgucken Ja, das sieht gut aus Das sieht gut aus Und das, hä Habe ich hier ganz hinten, was so passt Ach ne Glaube nicht Egal Hep Der Vorgang ist abgeschlossen Danke, Bigger Ich bereue vieles, Dr. Hayden So, und jetzt bin ich gespannt So, also das hat er Das auch Das auch Ah, und ich kann das jetzt bewegen Gut, alles klar Wie gesagt, Sonderfolge War das hier jetzt Äh, wo ich alles eingesammelt habe Also wirklich alles Und die Mission ist ganz normal beendet Mit gespeichert Und dann jetzt beim nächsten Mal Geht's weiter mit der nächsten Mission Und beziehungsweise Gleich direkt danach Wenn ihr das dann sehen wollt Wie ihr nachdem Wann ihr jetzt eingeschaltet habt Geht's danach Gleich wieder Weiter ganz normal Mit der nächsten Mission Und bis dahin wünsche ich euch natürlich Warten Er haut rein Servus Und ciao Bis zum nächsten Mal